Ich habe mir den KI-Kurs von Europas größten KI-Influencer, Herr Tech, gesichert. Wir schauen uns in diesem Video an, was es damit auf sich hat, was Florian Hübner hier vorbereitet hat und wie du mit künstlicher Intelligenz Geld verdienst. Mit dem AI Universe Kurs ermöglicht dir, Florian, Geld mit KI zu verdienen. Über 50 Ideen, über 100 Tools, die du nutzen kannst und das alles in einem Kurs. Wir schauen uns an, ob das Ganze möglich ist. Ich zeige dir, welche Strategien hier drinnen sind, welche Side-Hustles du mit ChatGPT machen kannst, wie du hier bereits siehst und was du grundsätzlich mit künstlicher Intelligenz mittlerweile alles anstellen kannst, um dir ganz einfach ein Nebeneinkommen dazu zu verdienen. Wir schauen direkt rein. Bevor wir jetzt in den AI Universe Kurs reinsehen und ich dir verrate, wer deine AI-Pioniere sind, die dich hier durch den Kurs führen, kannst du dir den Kurs über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.ai-universe und bekommst dazu in der Bonuskiste meine KI-Autopilot-Hacks, ein vollständiger Video-Kurs, zum Thema Automatisierung mit künstlicher Intelligenz dazu geschenkt. Ganz egal, ob es um Buchhaltung geht, um E-Mails beantworten oder um grundsätzlich Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz. All diese Sachen habe ich in diesem Video-Kurs abgedreht. Ich zeige dir hier einfach, wie ich künstliche Intelligenz tagtäglich in meiner Arbeit verwende und mir extrem viel Zeit durch die Verwendung der richtigen KI-Tools und richtigen KI-Strategien spare. In meinen 48 Stunden Cash-System-Kurs, auch das ist ein Video-Kurs, der normalerweise 349 Euro kostet, auch den bekommst du kostenlos dazu geschenkt, wenn du dir AI-Universe über den Link unterhalb des Videos sicherst, zeige ich dir, wie ich innerhalb von 48 Stunden die Einnahmen, die du hier links unten im Bild siehst, mit künstlicher Intelligenz erzielen kannst, ganz einfach durch Affiliate-Marketing, durch das Bewerben fremder Produkte und die Arbeit lässt du der KI erledigen. Schenke ich dir beides dazu, einzige Voraussetzung, sichere dir AI-Universe über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash AI-Universe und schreibe mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com. Also bevor wir jetzt gleich zum KI-Kurs kommen, will ich dir hier jetzt erstmal das Team AI vorstellen. Das hier sind die KI-Experten, die dich durch den Kurs begleiten, die dir zeigen, wie du mit künstlicher Intelligenz Geld verdienen kannst und das sind Florian Hübner, Steffen Beermann, Jonas Geißler und Patrick Penz. Alle diese Experten haben Expertise mit verschiedenen Projekten im KI-Bereich. Beispielsweise Steffen, der Sales-Experte, der eben weiß, wie man mit künstlicher Intelligenz kundenorientierte Verkaufsstrategien umsetzt, wie man im Grunde Sales von der künstlichen Intelligenz machen lässt. Florian Hübner, den wir ja schon in den Videos sehen werden, gestaltet die Zukunft der KI-Beratung und KI-Strategien. Jonas Geißler führt das Sales-Team. Patrick Penz leitet das Marketing. Sonja Latos verbindet Ästhetik und Funktionalität, um intuitive und benutzerfreundliche Design-Erlebnisse zu schaffen. Und so weiter. Jakob Perger ist der Leiter des Design-Teams und nutzt dafür natürlich auch KI-Funktionalitäten. Und dann haben die hier noch 120 Designer und Entwickler. Das heißt, du hast hier ein Team, das dir im Grunde hilft, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz deine Ziele zu erreichen. In dem Kurs, den ich dir jetzt vorstelle, geht es ganz einfach ums Geldverdienen. Und da würde ich sagen, da schauen wir jetzt auch direkt rein. AI Universe, verdiene Geld mit KI. Ich klicke hier auf jetzt durchstarten. Link dazu findest du unterhalb des Videos. Ich habe mir den schon gekauft. Hier siehst du direkt, geht es auch schon los. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstes Mal das erste Video gemeinsam an. Ich kann dir hier natürlich nicht alles zeigen, aber das Video würde ich hier gerne abspielen. Let's go, schauen wir direkt rein. Du willst mit KI richtig Cash machen? In einer Zeit, in der du nichts anderes brauchst als ein Laptop und Internet? Ich zeige dir, wie das geht. Aber halt, erstmal musst du verstehen, wie das Ganze funktioniert. KI macht aus mir Ryan Reynolds oder Elon Musk in Sekunden. Wenn sowas mit einem Knopfdruck geht, was kannst du dann erst auf die Beine stellen? Egal, ob du Ahnung von KI hast oder nicht. Hier wirst du mit Ideen überrannt, durch die du dein Business aufbauen kannst. Und ich gebe dir auch noch Anleitungen, Struktur für die Umsetzung, alles was du brauchst. Wir schauen gemeinsam, wie Unternehmen von KI profitieren können, aber auch besonders Neueinsteiger. Klar, mit den Klassikern wie ChatGPT und mit Journey, wie man Webseiten aufbaut und, und, und. Aber das ist teilweise überlaufen. Wir gehen dazu auch noch in die richtig profitablen Nischen. Auch, wie du beispielsweise ohne Code deine eigenen KI-Apps erstellst. Das zeige ich dir ebenfalls. Und natürlich ganz wichtig, wie du das Ganze vermarktest, wie du skalierst und viral gehst. Du lernst hier sogar, wie du dein eigenes AI-Startup aufbaust. Und selbstverständlich wirst du auch gefordert. Reine Berieserung? Finanzeige. Du hast Lust? Na, dann starten wir doch gleich mal rein. Also, wurde bereits super erklärt. Alle Themen zum Bereich Geld verdienen mit KI. Und das nicht nur stumpf mit ChatGPT irgendwelche Texte erstellen und die verkaufen. Oder mit Journey Bilder erstellen. Und diese verkaufen. All das ist möglich. Aber hier wird dir ja sogar gezeigt, wie du ein KI-Startup gründen kannst. Und so weiter. Wir schauen jetzt erstmal direkt weiter ins zweite Modul. Das Wichtigste über Artificial Intelligence. Das Wichtigste zur künstlichen Intelligenz. Was sind die Potenziale und was sind die Grenzen? Wird die KI die Menschheit auslöschen? Eine Frage, die sich immer wieder gestellt wird. Und was hier Florian dazu sagt. Dann geht es direkt weiter. Wie profitieren Unternehmen von KI? Und wie kannst du schlussendlich von künstlicher Intelligenz profitieren? Indem du das Unternehmen beispielsweise beibringst, wie sie KIs in ihre Prozesse einbringen können. Dann mit KI Geld verdienen. Direkt das erste Video. Hier geht es als eingemachte. Reich werden mit künstlicher Intelligenz. Wie verdienst du Geld mit ChatGPT? Alleine dafür gibt es ja zig Strategien, zig Möglichkeiten. Hier wird die eine Strategie gezeigt, die du direkt nutzen kannst. Das Add-on ChatGPT Plus solltest du dir definitiv sichern. Also wenn du für ChatGPT eben zahlst, dann hast du die Möglichkeit Plugins zu nutzen. Und diese Plugins erweitern ChatGPT nochmal um einige Funktionalitäten. Wie zum Beispiel Zugriff auf verschiedene Studien und Medizinberichte bei bestimmten Plugins. Teilweise gibt es Plugins fürs Flügebuchen. Das heißt, du kannst dir die günstigsten Flugrouten raussuchen lassen. Es gibt hier zig Plugins und welche Plugins hier die besten sind, für welchen Anwendungszweck. Das wird dir hier gezeigt. Vergiss das klassische ChatGPT. Also du siehst hier bereits, das wird dir hier direkt im Video gezeigt, welche Tools hier verwendet werden können, wie das Ganze aussieht, wie du hier beispielsweise direkt Videos in ChatGPT erstellen kannst. Und ja, hier wird auch gesagt, im Grunde vergiss das normale ChatGPT. Wenn du weißt, wie du mit dem Plugins umgehen sollst, kannst du da nochmal um einiges mehr rausholen. Dann ganz klar, Geld verdienen mit KI-Kunst. Welche Tools gibt es hier? Wie sieht das Ganze aus? Wie wird es in der Praxis genutzt? All das wird hier nochmal erklärt. Was für Addons gibt es da? Wie kannst du Webseiten von der künstlichen Intelligenz mit einem Textbefehl erstellen lassen? Das heißt, du kannst beispielsweise sagen, erstelle mir eine Webseite für die Autowerkstätte Huber. Das sind die Öffnungszeiten. So soll das Design ungefähr aussehen. Soll ein modernes Design haben. Die Farben der Webseite sind schwarz und gelb und so weiter. Also mit reinen Textbefehlen eine komplette Webseite zu erstellen. AI-Dropshipping. Wie kannst du das Ganze nutzen, um eben ein Dropshipping-Business, also Waren, die du von China nach Europa, nach Deutschland, nach Österreich und so weiter verkaufst. Wie kannst du das dafür nutzen für die Produktrecherche und auch für den Verkauf? Dein Weg von der Idee zum Unicorn. Geld verdienen, die zehn besten Alternativen. Also hier wird einfach auf verschiedene Sachen eingegangen, die du nutzen kannst, um mit KI Geld zu verdienen. Finde ich extrem cool, dass hier einfach direkt Praxisstrategien gezeigt werden, die du nutzen kannst. Eine Reise in die Welt der KI-Ideen, die hast du hier nochmal. Dann schauen wir hier direkt weiter. Die eigene App mit KI. Und ja, das ist möglich, auch ohne, dass du irgendwelche Programmierkenntnisse hast. Wie erstellst du mit künstlicher Intelligenz deine eigene App für den Android App Store, für den Apple iPhone App Store? Ganz egal, auch das ist möglich. Vermarktung und Skalierung deiner KI-Agentur. Wie kannst du so eine aufbauen und dann schlussendlich eben vermarkten und skalieren? KI-Startups, KI-Aktien, KI-Videos. Ein sogenannter Money-Clitch, wie das hier gesagt wird. Also wie kannst du beispielsweise Videos erstellen und dabei sogenannter KI-Influencer werden. Also Videos, wie man sie hier sieht, ohne dass du selbst vor der Kamera stehen musst. Das heißt, du hast einen quasi KI-Avatar, der für dich alles abspricht und der für dich die Videos im Grunde dreht, die du ihm befiehlst. Und das kannst du eben hier machen. Das wird dir hier nochmal genau gezeigt. Der Guide, ultimative KI-Sales-Guide. Wie schaffst du es, mit künstlicher Intelligenz Verkäufe zu erzielen? Und dann schlussendlich hier nochmal das Outro. Hier bekommst du eine Challenge, wo du eben nochmal verschiedene Sachen direkt umsetzen kannst. Das heißt, hier wird dir dann nochmal genau mitgegeben, was du in der Praxis umsetzen kannst und kannst es für dich direkt anwenden. Finde ich extrem geil. Du hast ja alles drinnen im Bereich künstliche Intelligenz, was du brauchst, um Geld zu verdienen. Im AI-Universe-Kurs ist das alles drinnen. Das sind nicht nur die stumpfen Geldverdienungsstrategien, die man so auf YouTube findet, sondern tatsächlich auch weiterführende Strategien. Und da ist im Grunde alles drinnen, was aktuell möglich ist. Und wie du hier bereits siehst, hier gibt es eben auch Module, die hier neu sind. Das heißt, wenn irgendwelche Aktualisierungen da sind und ja, die KI-Welt ist sehr schnelllebig, dann wird es hier direkt in den Kurs reingegeben und du kannst direkt die neuesten Informationen eben abrufen. Das heißt, sollte sich da irgendwas ändern, dann kannst du sicher sein, dass das im Kurs drinnen ist. Ja, wie bereits erwähnt, du kannst dir den AI-Universe-Kurs über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com.ai-universe und bekommst dazu meine KI-Autopilot-Hacks im Wert von 699 Euro und mein 48-Stunden-Cash-System im Wert von 349 Euro in der Bonuskiste kostenlos dazu geschenkt, wo du nochmal meine besten KI-Strategien einmal zum Automatisieren und einmal zum so schnell wie möglich Geld verdienen gratis dazu bekommst. Sichere dir dazu einfach den AI-Universe-Kurs über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com.ai-universe Schreib mir danach eine Mail an bonus-at-bonuskiste.com und ich schalte dir die beiden Bonuskurse in der Bonuskiste direkt frei. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin. Ciao.